Alle, Add Survivance und dann eins. Ich hab mich verklickt. Morigesch hab ich Mütte, dann fang ich mit Wraith Leggings wieder an. Juhu. Ist eine, was? Salciccia ist eine italienische Bratwurst mit Fenchel. Das klingt irgendwie pervers. Aber Bratwurst ist schon gut. Ich hab auch noch welchen Kühlschrank, die wollte ich eigentlich heute machen, aber wir haben eben Wraps gegessen und Salat. War auch geil. Ich muss hier schreiben. Survivance, wo ist er? Aber der ist hier im Chat. Warum schreibt der nicht? Neue Woche, ne? Wir müssen einen Podcast wieder aufnehmen. Moin Niklas. Wir müssen ja nicht jede Woche einen Podcast machen, Alter. Ja, aber doch, Morigesch. Können wir morgen oder so machen? Ja, klar, Morigesch ist doch rausgekommen. Und Opa Prime hat auch einen neuen Patch, den ich mir nicht durchgelesen hab, weil es nur ein Balance-Update war. Hast du doch eh den installiert, den Schister. Und Skins haben sie, äh, neue, zwei neue Skins. Sind, sind, sind asiatische Figa-Murdoch. Ja, haben wir jetzt im Jungle, wie das Team Saburk, oder? Saburk ist, den, den pinken Fred da. Hab doch pinker Fred. Okay. Okay. Die Duo ist noch irgendwie Mist bei uns. Jetzt ist er da. Ne, ich bin bei dir. Wo zum Mist-Duo gerät. Alles cool. Ich dachte, Morigesch wäre nach rechts geleitet, aber die hat einfach nur am Jungle gecampt. Scheiße. Wenn ich ein bisschen hineinpushen das Mitte, dann komm, möchte ich jetzt ganken. Mich willst du ganken? Ja. Hast du dir nichts gemacht? Dann geh ich wieder. Das ist einfach nur Bodyplug, dass du nicht zurückkommst. Jetzt kommt sie. Ich bin schon am nächsten Temp, aber... Ja. Lass dir gerne mal unten im River stehen. Wenn die Face nochmal den Strahl macht, dann stand ich mal vor. Wenn ich den Strahl mache, dann... Alter, die Minions machen mir mehr Schaden, als ich möchte. Immer hoch. Achso. Okay, flasht es raus. Geflasht. Ja, alles cool. Achso. Ach, der gar... So komme ich hier nicht hin. Hol den linken Buff, aber pass auf, Jungler. Aber ich komme dir dann entgegen. Ach, der ist hier. Oh Gott. Ich habe den... Dingens bekommen. Den Buff. Ja, gut. Ich habe ihn auch. Der Jungler ist nach links wieder in seinen Redside-Jungler gelaufen. Ja, ging's mal hin. Oh, ich gehe jetzt ziemlich RIP. Wenn wir uns back gehen. Oh, hier ist er. Okay. Der läuft zur Blue Side, vor sich Duo. Okay. Fall a bit back. Nee, Jungler ist auf der Mitte. Ich kann gerade nichts machen. Ja, ist es. Dann geh back. Was für eins? Vanille-Teilchen hätte ich mal wieder Bock mit. Alter, auch geil. Ich muss gerade warten. Noch 20 Gold. Das kann ich nichts kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja, Schakleib werft der Schild am besten im nächsten Millennium. Haha. Die wurde nur kurz. Ich muss jetzt mal warnen. Überwachst du in 10? Holst du links? Ja, ist gut. Die steht noch hier, wenn du mal halbierig bist. Ja, ich laufe. Ah, nee. Geht nicht. Aber ich hole den rechten. Vielleicht kommt sie ja jetzt raus, weil die weiß ja, dass ich in den River gehe. Das ist schön. Gehst du? Ja. Nochmal, nochmal, hau nochmal. Oh nein. Deger, hättest du noch einmal hauen müssen. Okay, raus. Lass auspushen. Jetzt einmal resetting. Ja. Ja, ich nehme mein Redside-Jungle wieder. Was ist das? Du, keine Vision auf den Gegner. Hier ist der Fang. Achso, okay. Jetzt geht's weg. Ich gucke hier wieder von der Nachricht auf. Ja, das mal links. Ja, das mal links. Ja, der ist nach links. Aua. Scheiße. Ich brauche 1000 fürs nächste Item. Morigas hat rechts gewordet bei sich. Danke, Brochie. Ich helfe dir. Okay, jetzt portet sie weg. Brauchst du den? Nee, bin hier. Lol. Hä? Wie so habe ich den jetzt bekommen? Keine Ahnung. Ich brauche immer noch mehr Geld. River ist gewordet. River ist gewordet. Oh, noch 100 Gold. Feng Mao ist linker Jungle. Ich muss gleich Riverbuff gehen. Haben es dann in zwei. Achte. Oh, ich nehme Memo. Okay, passt. Geht der an Jungle checken. Okay, shit. Ich kann Riverbuff nicht contesten. Ich bin ripped, glaube ich. Oh, ist das. Alles cool. Was baut die denn, dass sie so viele Schaden machen? 100 Sekunden. Ja, ich gehe dem hier entgegen. Pass auf, pass auf. Der ist Level 5. Komm, hier ist der auch. Komm mal kurz mit. Ah. Ich muss das schon leider holten. Ich rufe hier auch. Ich rufe hier auch. Weg, weg, weg. Enemy Tower under Seed. Ich kann mich nicht bewegen. Ich rufe hier auch. Siebenhundertfünfzig fürs nächste. Krieg ich denn jetzt so viel Geld her? Fang ist miss. Riverbuff sind acht. Linken komme ich nicht holen. Ja, das sollte sowieso geben. Ja, aber wenn ich da jetzt hingehe, wird die mich fighten. Deswegen mache ich erst die Minions weg. Wenn wir einen Pick bekommen, können wir auf Raptor gehen. Ich habe das tausende Smite. Ja, ich muss jetzt auch weggehen. Können sie eigentlich auch nicht contesten. Ich habe links. Ah, sehr gut. Hab die Ward bestimmt. Ja, danke für den Zap. Hier ist Fang bei mir. Fang, Fang. Ich werfe mal einen Stein auf die Mitte, ha? Nein. Genau in dem Moment. Es gibt es in den Händen. Okay. Okay, keine Ahnung, wo Fang ist. Jo, der ist beim Redbar bei uns. Der ist bei uns im Jungle. Ja, ich bin auf dem Weg. Ah, ist raus. Jetzt gestunnt. Nehmen den, nehmen den. Sehr gut. Ich war gar nicht dabei. Ich habe trotzdem gekillt. Wir gehen sofort Raptor an. Jo, ich komme. Steele, du kannst deinem Carry helfen gehen. Wie, wer macht denn Raptor? Wir beide oder was? Ja. Ja, ne. Morigash kommt noch. Ja, ich bin Morigash. Okay, ne. Ich benötige die Hilfe vom Carry hier. Sorry, das war... Dumm. Pass auf, Case muss nicht irgendwie fest. Case ist miss. Ah, ne, die ist dort. Die Morigash ist Half-Life. Wollen wir machen, Bach. Okay, bist du da? Unterhalte dich mit deinem Support, bitte. Oder mit deinem Team. Vielleicht oder was ging's auch. Neu. So, der ist am Telefonieren oder so. Der ist ja auch auf Arbeit. Achso. Loll. Der sitzt wohl im Transport da mit seinem Laptop oder was. Ne, ne, sagen. Fang mal auf, bitte. Du, es ist missig. Ah, ne, es ist ein Laptop. Fing mal auf, kommt nach links. Shimbi. Ach so, scheiße. Weidet ihr? Ne. Hab nur gepokt, ja. Oh, das Handschuh weggegangen. Okay. Ich komme mit. Ich komme mit. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich auch. Oh ja, kommt noch wer von hinten. Okay, rein. Geh rein, Lanza. Lass weg. Die haben geflasht. Ich hab keinen Flash-Ready. Du is missing. Passt auf. Das gibt's doch nicht. Das sind nicht so. Geht back nicht, dass der... Der Tronko... Ne, die sind nicht. Wieviel hatten... Das war nochmal full clear, Blue Sides. Der hat Voidhelm gebaut, der Larry, alter. What the fuck. Der Saf. Ja. Dagegen nicht. Okay, macht Sinn. Deswegen hab ich ihm keinen Schaden gemacht. River Buffs komme ich nicht dran, jetzt. Boah, Rickescher hat den rechten River Buff geholt. Also, äh, Dual Lane aufpassen. Oh, da ist er wieder. Junge, die Face hat uns so viel Trecken vorgekriegt. Ey, ohne Scheu. Ähm... Aufpassen. Rechte Lane. Links ist Miss. Die ist, glaub ich, nach rechts gesagt. Ah, ne, da ist er. Steinchen? Jetzt steig. Oh, ich hab leider nix ab. Ach, Mann. Da kommen wir was von hinten. Ja, 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 bei mir auch. Warte, ich komme. Yo. Ähm, kann man dir noch helfen? Ja, 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 ey, Gott, ich muss. Ähm, warte, warte mal, wo ist ein Bachi? Also, Nick, geh erstmal back. Ja. River Buffs gleich wieder ab. Ohi, 99, den kenn ich doch. Ich nehm den linken, River. Morigash, komm zu dir. Ja. Ne, doch nicht. Aber die hat hier gar kein Wort. Du ist ein. Ah, ne, du bist beziehungsweise. Okay. Ähm... Ja, wir müssen, wir müssen mal irgendwie... Ja, wir benutzen Ported Back, ja. Ahnung, Helm. Traumgutzer. Läuft ihr seit 5 Minuten um den Raptor, dass wir den irgendwie angehen, aber... ...ohne Carries hat halt auch schlecht. Oh, Fang. Gut, Fang hat den Red Buff, dann gehen wir den jetzt wohl an. Fang ist aber auf der Mitte. Ja. Enemy Tower, welchen Tower haben wir denn jetzt bekommen? Können wir ab. Lol, den Mitte, wir haben den Mid Tower bekommen. Ja, fangt an, fangt an. Ich chill mir hier die Base. Da könnten wir gleich missing sein. Fang, Fang kommt zu mir. Fang, komm, pass auf, pass auf. Alles gut. Das war sehr gut. Gut. Oh, hinter uns. Sehr gut. Wir nehmen hier den P1 Tower noch mit. Wohin? Heroic. Oh, ich will mir nach Hause heute. Und dann eine Kurve bei V-Rising. Ja. Goldpaar. Nächster Day. Ich muss mal weg. Ich hab jetzt Mecha-Cosin voll. Dann wird's auch ein bisschen leichter mit dem Severok. Alright. Peng ist mit. Ja. Ich stell' mal ein What. Ah, haben wir. Okay, dann wollen wir hier weiter an. Fang, komm, lass uns mal rüber gehen. Ich lauf mal eben schon mal entgegen. Ich bin auf dem Weg. Oh, der ist auch. Ping, ping, ping. Okay, ich geh wieder in meinen Jungle. Komm. Oh, Morigash kommt zurück. Läuft was? Pass auf, pass auf. Fang, Fang, komm. Komm zurück. Ich kann von der Seite ganken. Also, oh ne. Ja. Fang ist da oben. Fang ist im Ding. Da ist nochmal Fang. Komm, wir locken den. Okay, lass mir zu greedy hier. Ja, ja. Wir kommen so nix. Geh wieder auf deine Lane, Morigash. Ich muss auch wieder in meinen Jungle. Yo. As you wish. Goldbuff ist aber jetzt wieder ab. Den könnt ihr jetzt nicht weit angehen. Morigash Miss. Okay. Offline-Mitte. Mal zur Mini-Poang laufen. Eine Minute haben wir noch. So. Mach mal. 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 die besten Sinn so. Fronten, hey. Komm fang an. Gun dir. Hier guck mal. 45 Sekunden noch über. Schaffen wir nicht. Klar, schön. Der war aber nicht in den Schlaufer. Das ist so weg. Morigash miss. Glaube ich schon ein bisschen länger. So durch du. Wer ist denn die Mammat und Mammat? Heißen die genau gleich? Wie geht das denn? Mammat und Mammat. Da kannst du ja den gleichen Nickname haben. Ich geh die Kill in die Face. Alter die. Achtung, ich bist alleine noch. Alter, die kommen mir nix. Oh, schade. Mammat und Mammat. Ah, guck mal da. Pass auf, das du ist auch weg. Das ist gut. Stirbt die? Jawoll. Hehehehehe. Gut, Raptor. Ist keiner ab. Den Fang haben wir nicht mehr gesehen, to be honest. Wer ist? Wer ist? Bin der auf der Seite. Macht der da? Ja, wie ich geg. Sowieso. Wollt ihr beide und dann gehen wir Raptor an. Wo? Steppen vorher mal kurz bei der Duo vorbei. Dann kommt. Shit. Leider kein Full Life. Ich fange schon mal Raptor an. Du, bitte nachkommen. Oder der Carry zumindest. Ja, der Jungler ist in der Mitte die Wave am annehmen. Ja, alles gut. Also ist die Mitte bei den anderen Wäldern. Pass auf, von links kommt der Fang. Achso. Kommt bei, äh, ne T1. Oh, hast du jetzt den Stun gemisst? Pass auf, Smoggy. Pass auf, in die Mitte den T1 treffen. Ah, der ist schon weg. Die blöde Sau hat... Ah, da komm ich nicht mehr dran. Die hat Stase gebaut. Das ist jetzt in meinem Blue Side Jungle. Vielleicht bin laut offenbar. Das eine Menin hättest du jetzt auch noch gehen können. Ne, das wollte ich dir lassen. Oh, hier ist ein Fang Mao. Ja, ich blaufe. Bucky. Siehst du den? Ah, ok, ne der läuft. Wieder ein Riven. Pass. Ok, sehr gut. Legendary. Muss mal back. Kann ein komplettes Item kaufen, lol. Ich bin jetzt einfach ein komplettes Item stärker. Ich hab nicht mal ein Assist. Scheiße, ich hab T auf mein Mauspad gekippt. Ich schlöpfe raus. Optimal. Einfach abdecken. Oh ne, was da alles drin ist. Krieg ich Covid-20, wenn ich da ein Mauspad lecke. Ich hab ein Page für Kopf. Morge geschmiss. Bei mir ist es missing. Oh, frei, alles. Morge schieren. Wer kommt hin zu dir in der Mitte? Oh, komm. Der richtig Gang. Der Routine. Wer bist du? Achso, du kommst gar nicht mit dir hin. Komm, wir gehen Mitte. Tempel. Ok, ich bin tot, aber ich hab noch einen mitgenommen. Der Serverocker wird jetzt 1000 Gold bekommen haben von mir. Viel Spaß damit. Juts. Vor der Mitte, Teil 2. Vollmaus, oder? Vollmaus. Boah, wie lange kann die denn in der Luft bleiben? Während der ganzen Ehe. Das macht die schon seit 20 Minuten. Rechts. Ja, ja. Schindel gebeten. Several times. Wipe an. Eins. Ich bin zu dumm. Oh, ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Und ich kann auch kommen, ich muss besser kaufen. Ja, gut. Lauf mir entgegen, Lanza. Ja. Ich holte sobald ich kann. Hier auf den Carry. Okay. Gut. Ah, jawoll. Das ist schon wieder besser. Äh, der ist fast wieder besser. Oh, 20 Minuten. Kommen wir noch Minions? Ah, ich lasse durch den Jungle gehen, oder? Ne, der kommt jetzt. Gut, ihr macht das dann, ich mach mal weg. Aber wir können da eigentlich innenpushen. Ich hab 20 abgehend. 900 noch. Sieht aus wie 20. Loil, holtest du denn hin? Okay, jetzt hab ich ein Problem. Ich hab gar keinen Mana mehr. Ich hab gar keinen Mana mehr. Scheiße. Ich hab keinen Mana mehr für eine E. Schade. Lass uns den dritten Raptor gleich wiederholen. Jo. Sobald ihr eine halbe Minute wieder ab seid, ne? Ich fänd's cool, wenn wir bei Overprime da stehen würde, an der Seite, in wieviel Sekunden der Raptor spawnt. Jo. Das ist bei Overprime schon. Das hat schon coole Sachen. Auch schön. Kommen wir in die Mitte? Boah, der bringt hoch. Ah. Boah, schön. Ah, der ist tot. Sehr gut. Okay, ich geh zum Mini-Prime. Ich denk Raptor. Ich denk Raptor. Ihr Morrigish mitte annehmen. Raptor oder Prime? Was denn jetzt? Raptor, sorry. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Du bist in der Fall. Ich bin auf dem Weg. Du bist in der Fall. Du bist in der Fall. Ja, die haben. Der Supporter ist geliebt. Und Jung ist tot. Ja, wir gehen durch zum Prime. Ich hab in 40 Sekunden wieder smart ab. Hier du bist. Okay. 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 Schlafen kann man dir helfen. Wir kommen über den River. Ne, der ist tot. Na, hab ich grad abgehabt. Der blöde Dongo. Prime jetzt oder nicht Prime? Auf den Carry hinten durch. Ja, der pusht weiter. Ja, kein Ultimo. Kriegen wir den? Ja. Kommen wir. Ah, ist gut. Loll, wo fliegt die denn hin? Okay, jetzt Prime. Oder, äh, erst ein Nimid machen links. Okay, lass den Nimid nehmen. Okay. Aber wir haben keine Minions. Ne, ne, wir gehen Prime. So, jetzt. Die kommt doch gerade. Ja, er hat jetzt jetzt called Prime. Die sind ja schon angeschlagen. Ich dachte, wir können nicht anfangen, weil wir keine Minions haben. Aber wir machen ja Prime. Wir können ja die Mitte gleich annehmen. Ja. Dann. Dann. Geht's Blüter da rechts? gut so hier das item fertig was jetzt der karlanzer links links und mitte mit der fokussen weil ich bin nicht links gewesen ja der hat man muss rechts treffen über barf rechts schottler links auf den t1 das mitte durchpushen oder ja wenn wir gruppen ja oder lasst das schimpie rechts solo und wir der rest alle mitte bachy kommt auch der fang ist hier im ja egal kommt zu uns wenn jetzt da und severock hinter uns trenten ja rieb anschaut noch schuld ja wenig minions denken der macht den die minions nicht vergessen mitzunehmen gerne aber ich glaube sie wollen mitspielen all der fliegt jesus nicht hin und dann kann man weggerammt gg gg habe ich mal wieder eingefiedelt alter also morigash liegt mir ist der einzige mit laner den ich kann der einzige sage meine einzige hero den du kannst aber die habe ich auch in voll sehr viel gespielt von daher und die ist ja hier recht ähnlich und sagt der damage